Und jetzt bin ich gespannt, was hier passiert ist. Bei der Form, bei der Moral. Was macht bitte denn der... Mal gucken, was jetzt hier los ist. Ich glaube, ich ahne Schlimmes. Zumindest was der Domaschke fabriziert hat. Auf jeden Fall ist Müller weg. 130.000 bekommen wir da. Auch Sebastian ist gescheitert. Die Gehaltsforderungen. Jaja, hier, ne. Das ist auch alles gescheitert. Siretrainingsziel. Robustheit ist schön. Dass er das hat. Ist eins der wichtigsten Sachen für einen Verteidiger natürlich. Wenn du da ständig rumgeschubst wirst, kannst du noch so gut sein. Dahoud. Fand ich jetzt auch eben gar nicht so schlecht. Der hatte ja keine schlechte Note. Zur Halbzeit. Und auch Olthoff. Wer hat sich denn da verbessert von der Form? So, 69. Ja, das kann man ganz nach unten. So zumindest. Form verbessert. Franke und Demme. Ja, Demme hat es echt genutzt. Also würde ich mal sagen, dieses Trainingslager. Jetzt fühlt sich der Villas unterbezahlt. Scouting abgeschlossen von Pflücke. Mal schauen. Mal schauen. Ja, hier ist natürlich jetzt richtig Essig. Bei denen. Warum das natürlich jetzt so ist. Mal gucken. Er hat eigentlich gar nichts, ne? Er hat eigentlich gar nichts. Einige Matches spielen. Ja, das kann doch jetzt nicht nur sein, weil die das Spiel verloren haben, oder? Auf jeden Fall haben die ja alle die Form behalten. Das ist schon mal ganz nett. Würde ich mal sagen. So, ich hole Torte wieder rein. Villas. Ich stelle das mal gerade anders wieder ein. So auf die Schnelle. Haben wir denn noch einen guten Innenverteidiger? Ja, Franke natürlich. Natürlich, klar. Jopek. Matuschka. Das taugt anscheinend nichts wirklich, wenn du die Mannschaft so umkrempelst. Auch wenn es wirklich schön ist eigentlich. Wenn man mal testen kann und so weiter. Ja, bei Demme weiß ich jetzt nicht. Demme muss eigentlich rein mit einer 17er Form. Kimmich hat eine 14er Form. Aber wir machen ja vielleicht noch ein Spiel. Ich lasse es mal so. Ich lasse es erst mal so. Dann gucken wir mal. Ja, Papa muss natürlich wieder rein. Der hat jetzt mittlerweile auch schon wieder schlechte Laune. Palacios. Das kann ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen, warum er schlechte Laune hat. So, da setzen wir mal Farhan hin. Karason. Anthony Jung. Ja gut, der muss da rein. Klar. Steffen Lang. Es sieht jetzt nicht so schlimm aus. Es ist übertrieben natürlich, jetzt hier sich Sorgen zu machen. Rein am Lech haben wir wirklich jetzt noch. Dritter, Zweiter. Das ist sechs Tage vor Aue. Das ist eigentlich ein Glücksfall. Obwohl mir die Mannschaft eigentlich fast zu schlecht ist. Das ist dann, ja, nicht ganz vorbereitungstechnisch optimal. Die werden wahrscheinlich eine Stärke haben von irgendwas mit hoch 500, niedrig 600. 605, ja. Aber wir nehmen es, wie es ist. Und gucken mal. Gut, hier ist es. Dann kommt das. Ja, das passt schon. Das passt schon. Jetzt haben wir auf jeden Fall gleich noch die Endphase der Transfers. Wo wir natürlich nichts mehr machen werden. Das werden wir nicht mehr machen. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, wie das ist mit den Jungs. Ob die jetzt so lange oben bleiben, wie ich das will. Oder ob die wieder runtergehen. Und dann für die zweite spielen. Ob ich das so eingestellt hatte mit vier Wochen. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Wir gehen einfach mal vor. Wir gehen einfach mal vor und gucken uns das ganze Ding mal an. Auf jeden Fall haben wir noch einiges, was hier an Wechseln passiert ist. Michi Batshuayi von Standard-Lüttich zum FC Liverpool. 18,5 Millionen. Das war der wöchentliche größte Transfer. Die größte Summe, die gezahlt wurde. Massimo Bruno von Anderlecht zum AS Rom. Also momentan hier Ausverkauf in Belgien. Auch hier Laurence de Bock von Brügge zu Man City. Ja, Timo Horn von Köln zu Dortmund. 12,5. Die bauen dann auch schon nach für die Nach-Weidenfeller-Ära. Ich dachte gerade, Monaco hätte sich hier einen Sturm-Einsatz gekauft. Haben sie aber gar nicht. Haben Dennis Appi ja geholt, einen Rechtsverteidiger. Weiß ich jetzt gar nicht. Was haben die denn vor dem Sturm jetzt noch stehen? Mal gucken. Position, Sturm. Hm. Rivière, Martial. Ja, Martial ist natürlich richtig klasse. Dann haben sie unten noch einen Gaetano, Monackello. Ein Italiener. Chils-Uni. Vier Stürme haben sie noch. Dann haben sie hier noch zwei hängende Spitzespieler. Einer spielt hier sogar aber jetzt momentan im Sturm. Der Valère Germain. Ja. Passt schon. Die kriegen das schon hin. Und wenn nicht, dann kaufen sie halt einfach wieder einen. Ist doch logisch. Ist doch logisch. So, Autosave lassen mal laufen. Essen gehen wir jetzt erstmal. Aber ich hoffe mal, dass wir das dann hinbekommen. Ja, 3-0 verliehen die gegen Bremen jetzt hier gerade. Habt ihr gesehen. Da wird es dann halt Zeit, dass die Spieler von oben wieder runtergehen. So. Ilari Caipio. Ein Finne für 25. Allein, weil er Finne ist, muss ich ihn mitnehmen. Ja, Hauptspannter bittet sich um 398 Freikarten. Ja, klar. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass die mich da fragen. Ich habe gedacht, das müsste ich immer selber machen. So. Kainz auf Transferliste 3-0. Ganz schlecht. Kessler war der beste Mann. Ja, die haben gar nichts gerissen. Vor allem hier Schmidt und Bohnen auf der Zentralen. Mann. Ja, weil der das wieder umgestellt hat, die blöde Fluppe. Ich hatte ja gesagt, die sollen so spielen wie die erste Mannschaft. Das sah ja auch nicht schlecht aus. Ja, grottenschlecht einfach, ne. Aber Bremen 2 ist natürlich auch eine gute Mannschaft. Red Bull Salzburg. Florian Kainz, das würde passen. Die führen den weiter und wir holen den dann irgendwann. Ja, genau. Die sind jetzt zurückversetzt worden. Aber wahrscheinlich noch nicht alle. Gucken wir mal gerade. Sumo Salo bleibt. Palacios zumindest. Zumindest haben sie jetzt wieder die... Oh Gott, bin ich froh, dass die Moral wieder normal ist. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Warum ist das so? So, Torwart müssen wir noch reinnehmen. Ansonsten glaube ich nicht, dass jetzt so viel noch zu tun ist. Karasson, der soll auf jeden Fall runter. Kurz Aktionsspielergespräche. Ich finde das immer so doof, weil er jetzt auch gerade so gut drauf ist und so eine gute Form hat. Aber die müssen sich natürlich auch für die zweite Mannschaft einspielen. Trainier ist sensationell, aber ich kann ihm gar nicht sagen, dass er runter soll. So, erstmal fünf Moralpunkte gewonnen, um ihn dann runterzuschieben. Quasi erstmal ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Aber Palacios muss auf jeden Fall, ne. Der muss auf jeden Fall. So, zum zweite Mannschaft schicken. Der versteht es. Ich habe es ja auch erwartet, eigentlich an die Vernunft. Der appelliert einfach, dass es mit der Stärke ja einfach momentan natürlich noch nicht klappen kann. So, Aufstellungsassistent. Du Sau. Wie erste Mannschaft. Jetzt mache ich mal aktuelles Spielsystem beibehalten. Jetzt stehen die nämlich auch so. Nicht ganz. Nicht ganz, ne. Jetzt muss natürlich da der Palacios noch hier auf die Position. Ja gut, Deon steht natürlich jetzt da, dass er spielen soll, dass er aufgestellt werden muss. Aber Waldschmidt. Waldschmidt ist wieder unten. Und das gefiel euch ja nicht so. Nicht so gut. Dass der wieder in der zweiten Mannschaft quasi jetzt verschimmelt. Wenn man es mal wirklich so sagen will. Ähm, aber wie gesagt, Daniel Frahn hat momentan bei mir noch ein Stein im Brett. Auch weil er sich jetzt so reingehangen hat in der Vorbereitung. Winter Vorbereitung. Immer noch eine Form von 16 hier. Dämme. Ne, wir spielen das Spiel noch. Ich lasse es mal so stehen. Und deswegen, ja. Deswegen. Wir können nochmal hier versuchen, die Jungs anzubieten. Aber das geht dir wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht mehr. Da sind noch welche interessiert. Ach so, das ist noch gar nicht vorbei. Das ist noch gar nicht vorbei. Ich gucke mal gerade nochmal rein hier. Verhandlungsstatus. Geht so bautzen. Also, wenn das so ist, dann finde ich das gut. Klar. Dann finde ich das auf jeden Fall positiv. Tim Sebastian. Da können wir nochmal machen. Spielagenten auftragen. Das will ich jetzt nicht mehr da rumklickern müssen. Ähm, überhaupt keine Frage. So, Infrastruktur. Können wir denn noch was machen? Nicht mehr viel. 327.000. Irgendwas wird doch hier noch sein. Irgendwas, was billig ist. Flaggenmast. So ein Quatsch braucht kein Mensch. 200.000 Mietskaserne. Na gut, das bringt Geld im Monat. Bauen wir mal so ein Ding. Und dann will ich nachgucken, ob wir eventuell die Möglichkeit haben, hier was nachzuschieben. 620.000. Packe ich, glaube ich, dann logischerweise hier drauf. Weil da, ja, sonstiges vielleicht ein bisschen was. Das geht auch immer ganz schnell zu Ende. So, 200.000 haben wir. Wir dürfen noch 420. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal hier drauf. 650 ist zu viel. 600 würde passen. Dann haben wir 527.000 noch übrig. So, akzeptieren sie. Ja klar, ich meine, das Geld geht runter. Logisch. Wir gucken nochmal gerade rein, wo wir enden werden. Am Ende der Saison. Bei 14. Passt. Ich bin jetzt immer noch aus Everton oder so gewohnt, wo die dann jeden Monat 9 Millionen abhanden kommen. Wegen Gelder und so weiter. Und wegen sonstigen Kosten. Also da haben wir es auf jeden Fall hier noch einfacher. Aber ihr werdet sehen, das wird schneller kommen, als ihr gucken könnt. Bei Steffen Lang war es ja schon mal so ein Vorbote mit seinen 500.000 plus, was er da haben wollte an Kohle. So, das können wir weitermachen. Hab gedacht, warum geht das nicht weiter hier? Okay, einiges. Einiges, was hier los ist. Meine Güte. Ich hoffe mal nur, dass jetzt nicht irgend so ein blödes Sackgesicht hier ein Freundschaftsspiel machen will. Nö. Okay, Tim Sebastian. Einigung erzielt. Der geht, also, das ist jetzt quasi durch. Mal schauen, was uns noch angeboten wird. Das ist ja auch immer ganz interessant. Bei dem letzten weiß ich noch, da haben wir ja noch den Deon geholt. Der wurde uns ja noch angezeigt. Weil bei dem, vielleicht, weil wir den kurz vorher versucht hatten zu holen. Leonardo Bittencourt, von Hannover 2 zu Kaisersburg ausgeliehen. Ja, möchten auch, dass der Spielpraxis bekommt. Aber warum ist der nur in der zweiten gewesen? Ich meine, vom Talent her ist es doch echt Verschwendung gewesen. Ja gut, das ist halt die KI. Klar. Nö, anscheinend passiert hier sehr wenig. Tim Sebastian. Einigung erzielt. Ist in Ordnung. Kann ich ja gar nichts mehr machen. Bei uns passiert hier oben gar nichts mehr. Aber bin ich auch nicht unglücklich drüber. Jo, einige lustige Wechsel noch. Medejovic. Miranda von Atlético zu Benfica Lissabon. Mohamed Salah vom AC Mailand zum AC Padua. Also hat er sich da anscheinend nicht durchgesetzt. Der Ägypter. Schönes Ding. Teuerste Spieler der Liga ist Mario Götz. Jetzt bin ich mal gespannt. Zweite Liga. Wir. Timo Werner auf Platz 5. Dann haben wir Jopek auf der 20. Und dann ganz dicht hintereinander haben wir Steffen Lang und Yusuf Pausen. Auch noch unter den Top 30. Was mich noch interessiert, dritte Liga. Mal gucken, was da so los ist. Arkadio Schmilik mit Leverkusen zweiter Mann. Ja gut, das sind natürlich die ganzen zweiten hier. Der Raja Bali Fadi ist dann der erste, ich sag mal Anführungsstrichen, normale Spieler, der hier drin ist. Und dann alles zweite Mannschaft. Alles zweite Mannschaft. Dann kommt Julian Wiesmeyer, der war eigentlich auch nicht in Wiesbaden gehört. Der ist ja von Nürnberg ausgeliehen. Da sehen wir das bis 2014. Das ist krank. Dann haben wir hier noch Chidi von Osnabrück. Was ich so sehen kann, drei Spieler unter den Top 29, die nicht von zweiten Mannschaften kommen. Hammer. Ist echt heftig. Fußballer des Monats Januar. Kolbein Siegtorson von Bayer Leverkusen. Überragend. 54 Prozent. Ja, der hat sich anscheinend da einen Namen gemacht. Top Transfers. Wir sind insgesamt viermal dabei. Diego Demme ist hier der stärkste, der eingeschätzt wurde vom Kicker. mit einer Stärke von 69. Dann Shigin Lam vom MSV Duisburg. Da haben sie auf jeden Fall guten Goal. Vielleicht bringt es noch ein bisschen Stabilität da hinten rein. Tobias Strobl von Düsseldorf. Dominik Jordan, VfL Bochum. Also der ist auch weg jetzt von Wiesbaden. Ist dann quasi eine Liga höher. Christian Müller, ganz klar, anderer Weg von Leipzig zu Karlsruhe. Karason ist auch hier drin. Das ist, glaube ich, der Spieler, wo es gar nicht so auffällt, dass der eigentlich so gut ist. 19 Jahre in 66. Kann sich schon sehen lassen. Sumo, Salo und Dahoud sind auch noch dabei. Ja, und jetzt kommen wir der ganze Geschichte schon näher. Das eine Spiel haben wir jetzt, wie gesagt, noch gegen Rhein am Lech. Wo ich auf jeden Fall die ganzen Leute schonen möchte, die jetzt nicht unbedingt spielen müssen. Die eine super Form haben. Ich denke mal, das müssten die normalerweise auch so geregelt bekommen, die Ersatzspieler. Okay, also Wilhelmshaven, Germania 05. Ich weiß nicht, wo ist der jetzt hingegangen? Sehen wir gleich, glaube ich, oben. Scouting hat geschlossen Jordanoff auf Transferliste. Recht ist Mittelfeld. Kann der rechts außen? Ja, könnte er. Kann sogar links außen, kann zentralen. Das kann man nicht machen. Zwo. Also wenn, dann höchstens für die Außenbahn. Aber wohin denn? Wohin? Wohin? Also es ist ja rum, ne? Es ist rum. Der kann jetzt höchstens für den Sommer schon wechseln. Okay, also Viktoria, Köln. Tim, Sebastian, neue Herausforderungen da nochmal gefunden. Und runter von unserer Gehaltsliste. Aber ihr seht es, die erfahrenen Spieler verschwinden so langsam. Jetzt haben wir nur noch Coltorti und Matuschka. Aber das sind ja eigentlich sowieso die Spieler gewesen, die am Platz standen. Also es ändert sich nicht so viel für uns. Und auch nicht für die jungen Spieler. Wilhelmshaven gegen Leipzig 0-0. Das ist schon mal ein Lichtblick, auf jeden Fall. Eine super Leistung von David Kinsombi. Weißenberger auch gut. Also beide Neuzugänge nicht schlecht. Jonas Klein hat gespielt. Ja, mit null Chancen, mit null Chancen. Aber es war halt ein Auswärtsspiel, ne? Es war halt ein Auswärtsspiel. Das muss man mitnehmen. Medienarbeit zahlt sich aus. Woraus denn? Tunesien. Tunesien. Wo sind denn die tunesische Spieler? Ich nehme mal hier. Aber da kann sich das noch so viel auszahlen. Da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Da kann ich ja gar nichts mit anfangen. So Jungs, wir kloppen das Ding jetzt hier zu Ende. Ich will jetzt wirklich zum Aue-Spiel kommen. Ich bin heiß auf die Rückrunde. Ich will wissen, was können wir erreichen? Was können wir machen? Bleiben wir da oben? Sind wir wirklich schon eine Spitzenmannschaft? Oder war das alles nur so ein bisschen Schall und Rauch? Dass wir uns dann fröhlich nach hinten durchgereicht werden sehen. Was ich natürlich nicht hoffe. Marco Verratti geht zurück nach Italien. Juva hat den zurückgeholt. Zentrales Mittelfeld. 22 Mille. Tiro Immobile. Das ist jetzt der Stürmer, den Monaco geholt hat. Vom FC Turin. Das finde ich geil am Fußballmanager. Dass er nicht einfach nur irgendwie Schwachsinn gekauft wird. Sondern wirklich reagiert wird auf diese Verpflichtungen. Die getätigt werden. Falcao weg. Stürmer muss her. Zack, da ist er. Haben, ja, ich würde mal sagen, 20 Millionen. Haben sie noch im Köfferchen. Was sie natürlich sowieso nicht brauchen. Weil der Verrückte da, der Herr Russe. Ich weiß gar nicht, was der macht. Man sagt ja immer so schön Ölmagnat. Aber ich glaube, das ist der gar nicht. Der ist, glaube ich, irgendwas anderes. Armin Younes. Von Gladbach zu Bayern für 12 Millionen. Also ganz anders. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe ja schon viele Spiele gemacht in diesem Fußballmanager. Oder Spielstände, sagen wir mal. Aber Younes, der ist noch nie zu Bayern gegangen. Da haben wir noch mal Asala, Miranda. Und ich denke mal, irgendwo hier unten kommen dann auch noch mal wir. Aber nee, das wollen wir jetzt nicht gucken. Das wollen wir jetzt nicht. Das war mal Nisch. Hier sind wir auch noch nicht unbedingt das gefragt. FC Liverpool ganz oben. Nicht irgendwie Manchester City, PSG oder sonst wer. Die haben wir nämlich hier auf der neuen Man City. Wo sitzen die rum? Die haben gar nichts gemacht. Die sind hier gar nicht dabei. Haben sie den eingesperrt, den Scheich? Scheint mir fast so. So, wir sind beim Spiel. Gegen den TSV 18 96 Rhein am Lech. Das ist auch so ein Blödsinn. Also ich glaube das einfach nicht. Wenn jemand ein Freundschaftsspiel ansetzt, bei so einem Transfer, dann machen die das doch dann bei sich daheim. Was nützt es denn, wenn die zu uns kommen? Was ein Case. Die wollen doch dann die Kohle mitnehmen. Die sie dann bekommen, wenn wirklich ein großer Verein kommt. Das ist natürlich dann ausverkauft, da kannst du ein bisschen mehr die Preise hochheben. Also so ein Quatsch. Und jetzt habe ich wieder die Stadionkosten am Hals, oder wie? Die, sagen wir mal, 741 Zuschauer, die wahrscheinlich da sein werden. Wir können uns das ganze Trauerspiel ja mal angucken hier. Wo sind sie? TSV Rhein am Lech. Oh Gott, ja, immerhin. 1457, ich bin ja begeistert. Ja, das Minusgeschäft, das habe ich ja schon vor Augen. Ja, wen stelle ich jetzt hier hin? Scouting abgeschlossen. Von wem? Die Wonte, James Parker. Ja, ich habe das nochmal sehr gerne angenommen, hier im Blickfeld, dass ich hier außen diese Berichte lesen kann. Zum Beispiel jetzt hier bei Parker. Gute Perspektive zum Beispiel. Wir hatten ja eben auch Weihrauch gesehen. Der ist, glaube ich, nee, das ist es gar nicht. Patrick Pflücke. Gut, Glorische Zukunft steht sogar da. Wo ist der? Stufe 10. Offensives Mittelfeld. Jetzt kann ich ja mal gucken, ob der auch irgendwie zentral das Ding spielen kann. 59er Stärke, nee, lohnt sich nicht. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Nicht jetzt. Das könntest du höchstens sagen, wenn der nicht verlängert, Ende 2015 dann. Aber jetzt momentan reizt es mich einfach nicht. Wo ist denn der Weihrauch? Das ist jetzt wieder weg. Kann man das also nur in einem bestimmten Zeitraum lesen? Könnte sein, oder? Weihrauch. Hat der verlängert? 2014. Immer noch nicht. Ich hatte ja gesagt, er soll auf jeden Fall uns kontaktieren, wenn er verlängern möchte. Deswegen muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, hier, ich verpflichte dich bereits. So viel getroffen hat er nämlich wirklich nicht. Das stimmt. Das stimmt. Wir müssen die Mannschaft einstellen, hinstellen, machen. Steffen Lang muss spielen einfach, weil er so ein dummer Sack ist und schon wieder schlechte Laune hat. Villas muss nicht unbedingt. Und, Coltorti, da habe ich jetzt Jonas Klein natürlich nicht da. Domaschke muss nicht mehr, weil der geht doch, oder? Ach nee, der Bug hat wieder zugeschnommen. Ich werde verrückt. Das gibt es doch gar nicht. Der war sich doch schon einig mit denen. Bis jetzt kannte ich das nur, dass der Bug andersrum funktioniert. Das heißt, wenn du Spieler verpflichtest, in dieser 24 Stunden Käse da, dass die halt nicht da sind. Ja, ist er halt doch da. Jetzt ist er halt doch da. Müssen wir mit leben, aber meine Güte. Es gibt Schlimmeres. Wenn der jetzt 5 Millionen verdienen würde, dann könnte ich es nachvollziehen. Genau, Sumo Salo muss spielen. Franke, Steffen Lang, Kimmich. Demme, da lasse ich Dahoud spielen. Karasson würde ich ganz gerne sehen. In der Mitte für Jopek. Und mal schauen, was haben wir denn noch. Kaiser für Matuschka. Luke, ne, Papa lasse ich glaube ich laufen. Ich gucke immer so ein bisschen nach der Form. Was jetzt hier schlecht ist. Ich muss einen Stürmer haben. Ich muss noch einen Stürmer haben. Die zweite Mannschaft hat ja gespielt. Das heißt, ich kann ja einfach den Waldschmidt wieder hochnehmen. So, für das nächste Spiel. Und dann ist der wieder unten. So, wo haben wir dich? Da ist er. Ich setze ihn glaube ich mal von Beginn an rein. Geht dann zur Halbzeit wahrscheinlich raus, wegen der Frische. Aber man muss jetzt eben den Fran nicht davor heizen. Demme, Villers. Wer ist denn hier noch schlecht in Form? Eigentlich keine Sau, ne? Eigentlich keiner. Ich kann mal Sira noch mitnehmen hier. Kann auch eigentlich, ne, kann er nicht. Ne, ne, komm, lass ich. Oldhoff. Der dann ja auch in die zweite gehen wird. Wir machen das Spiel jetzt. Und hoffen, dass es gut ausgeht. Sollte es eigentlich. Ist ein Heimspiel. Eine Mannschaft, die über 130 Punkte schlechter ist. Fast 140. Also wenn sie das verkacken, dann ist mir Angst und Bange vor dem Spiel gegen Aue. Kämpft um jeden Ball. Da müssen wir jetzt mit anfangen. Da müssen wir jetzt mit anfangen. So, ein drittes Mal. Musste ich ja ein bisschen brüllen, obwohl eigentlich gar nicht. Ich muss einfach nur so tun, als wäre das nicht laut. So, Leute. Gegentor ist heute verboten. Und am besten eigene Tore schießen. Das wäre ganz schön. Aber sie machen es nicht. Sie machen es nicht. Da hut mit einer 5. Meine Fresse. Meine Güte. Also das ist echt bitter. Was habe ich jetzt für rechts außen? Da könnte Luge hin. Das mache ich auch mal. Dass der Pausen zumindest die Form behält. Karason. Pfandrich. So, jetzt kommt Fran für Waldschmidt mit einer 3. Das ist in Ordnung. Boah, der Hut, das geht ja gar nicht. Das geht ja echt überhaupt nicht. Dann nehmen wir Oldhoff auch noch raus. Und der Rest muss eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir brauchen den Code 3 noch gar nicht mehr. Das hier reinschieben. Demme, die soll die 17 behalten. Höchstens noch Schreier für lang. Aber eine 3,5 ist auch nicht so toll. Deswegen, ich lasse es mal. Ich lasse es mal laufen. Jetzt strengt euch mal ein bisschen an. Das war nicht der Matchplan. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. Das muss einfach jetzt. So motivieren. Kritisieren. Nee, also das geht ja mal überhaupt nicht. Also eine 5. Gegen so einen Gegner. Das ist ja fast schon echt eine Bankrotterklärung. So muss Salo auch mal noch mal motivieren. Das geht gar nicht. Also der Finne hat anscheinend echt noch Probleme. Guck ich gerade mal Fitness. Wie sieht es denn hier aus? Massagen. Das kann ich gar nicht sehen. Papa. Äh, die beiden haben eine 92. 92. Frank hat eine 90. Nehmen wir noch lang. Ne, kann ich gar nicht mehr. Ist vorbei. Ist vorbei. Kommt, macht mir keine Schande. Jetzt gewinnt zumindest wenigstens dieses Spiel. Ihr wisst doch, wie ihr gegen Malmöck gespielt habt. Macht es doch einfach nochmal. Macht es doch bitte nochmal. 0-0 nach wie vor. Was ist denn hier los? Also das ist unglaublich. Die spielen ernsthaft 0-0 gegen so einen Gegner. Und das ist mir auch wurscht, ob die jetzt hier 1000 Chancen hatten. Guck dir das mal an. Boah, wie kann man so viele Chancen versieben? Na zumindest sind die Noten annähernd gut geblieben jetzt. Auch der Dahut hat sich noch verbessert. Gott sei Dank. Ist natürlich jetzt nicht so schön, aber es ist immerhin erfolgreich. Also auch wenn das Ergebnis jetzt schwach ist, die Noten und die Teamansprache, sie retten meinen Arsch. Und den der Spieler kannst du nicht bringen. Also wenn du solche Chancen nächste Woche gegen Aue bekommst und die alle nicht nutzt, die fahrst wohl dir den Arsch. Da verlierst du. Da gebe ich dir einfach die Garantie für. Weil Bau, aber das ist eine Spitzenmannschaft. So, die wollen mit dem Finnen quasi mitbieten für Ilari Caipio. So, NAC Breda. Können die nicht mithalten. Ganz ehrlich, können die nicht mithalten. Aber wir auch, ne? Das ist ja ganz klar. Seid denn, da sitzt auch irgendeiner, der ein bisschen Geld zuschustert. So, ein paar Tage haben wir noch. Transfermäßig ist ja eigentlich alles im grünen Bereich. Ich kann nochmal schauen, Mitarbeiter, wie es da aussieht. Irgendwann brauchen wir auf jeden Fall hier einen zweiten. Das heißt, ich kann schon mal anfangen, das nächste Mal, wenn ich irgendwas bauen kann, was ich jetzt ja eigentlich kann. Das Bürogebäude ein bisschen auszuweiten. Das ist nämlich das hier. Ne, Scouting-Büro will ich nicht. Ich will das hier haben. 500.000. Scouting-Büro, Level 4. Also müssen wir zuerst das Ding hier ausweiten. Jo, was sein muss, das muss. So, jetzt lass mich überlegen. Diesmal reden müssen wir noch. 194. Frustration, das ist so, Salo. Hat die letzten 20 Spiele nicht gespielt, hör. Das ist wieder so ein toller Bug. Wieder so ein toller Bug, meine Güte, ey. Och, Mensch. Ja, körperlich stärker werden. Also das ist ja echt ein Witz. Wie soll der denn die letzten 20 Spiele gespielt haben? Hatte ich doch gar keine Kontrolle über den. Ihr seid lustig. Fehlende Ziele. Da muss ich jetzt unbedingt mal beigucken. Will Stammspieler sein. Kann ich aber immer noch nicht sagen, dass ich es runterschrauben soll. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ist mir jetzt egal. Das ist es nämlich. Ist irritiert. Toll. Das geht da nicht. Ist auch ein bisschen doof gelöst. Einige Matches spielen. Passt schon. Bei dem auch. Möchte fair bezahlt werden. Möchte fair bezahlt werden. Körperlich stärker werden. Normalerweise sage ich das immer vor Beginn der Saison. Aber wahrscheinlich war es so viel zu tun, dass ich das vergessen habe. Vertrauen, Ziele, 23. Will Stammspieler sein. Ja gut. Erfüllt. Verfehlt. Unfaire Gehälter. Es sind nur die drei. Und es ist immer nur Fran. Es ist immer nur Fran. Also nicht auf die anderen. Fran ist momentan hier das rote Turanschein für viele. 208%. Das ist relativ viel. Also am einfachsten hast du das ganze Ding bei Schreier behoben. Mal gucken, ob die mir das zugestehen. Schreier. 10%. 17.000. Ich denke mal dreimal klicken und dann müsste das eigentlich gehen. 18.500. So 20. Und jetzt müsste das doch eigentlich geklappt haben da unten. 204. Jetzt haben wir nämlich nur noch zwei. Genau. Jetzt ist Karason. Der kommt gerade hin. Und meckert über Gehalt. Das kann ich ja leiden. Geldgeile Sau. Du könntest glatt YouTuber sein, mein Freund. Die sind auch alle geldgeil. Freunde. Ja klar, das sind ehemalige Stuttgarter. Team Hierarchie. Auch mal gucken, wie es aussieht. Da ist einfach nur nichts Breites da. Zu wenige Führungsspieler. Das sind sie. Aber die können auch reinwachsen natürlich noch. Also wir stehen nicht komplett kopflos jetzt hier auf der Matte. Kooperationen. Brauchen wir nicht. Kaderplanung. Können wir mal kurz reingucken, wie es aussieht. Die sind alle weg. Das müssen wir bei Gelegenheit mal machen. Das wird es mal irgendwie versucht. Und das hier natürlich auch. Karte Analyse erstellen. Natürlich nicht jetzt unbedingt. Das mache ich dann mal, wenn mal Pause sein sollte. Aber ich glaube, hier ist keine Pause. 30. 30. 30. 40. 40. 30. 30. 20. 20. 27. 40. Oh Gott. Das ist ja eine Rückrunde. Okay. Müssen wir mal gucken, wann es sinnvoll ist. Vielleicht mal irgendein schwacher Gegner oder so kommt. So. Jetzt müssen wir das ganze Ding natürlich mal aufstellen. So gut es halt geht. Kimmich. Demme. Ich glaube, ich lasse. Ich glaube, ich lasse aber doch irgendwie das gewohnte Personal spielen. Zumindest in diesem Spiel. Karason. Na gut, das ist die Position von Jopek. Genau. Matuschka ist das hier. Fran. Werner ist immer noch verletzt. Genau. Der konnte ja nicht spielen. Fran eine Form von 12. Tja, muss er rein. Muss er rein. Ich glaube, Waldschmidt hat wahrscheinlich jetzt momentan natürlich nicht so die Form. Weil die Note auch nicht so gut war. Wo ist er? Doch. Na. Ja, dann muss halt der Bart. Dann muss ich ihn wieder mitnehmen jetzt. Hat ja keinen Sinn, ne? Hat ja keinen Sinn. Nächstes Spiel, dann ist ja auch der. Dann ist ja auch unser Timo Werner wieder da. Obwohl, wir machen mal für die nächsten zwei Wochen. Dann sind wir auf Nummer sicher. Dann spielen wir das ganze halt so. Geht auch. Also Palacios. Würde ich ganz gerne, dass er aufgestellt wird. Das würde ich dann schon gerne. Rechts außen. Muss aufgestellt werden. Bei Grostanic nehme ich es mal weg. Dann will ich lieber, dass der auf dem Sturm gespielt. Obwohl, ne? Obwohl, er war ja hier stärker. Es war ja seine starke Position. Mal gucken. Er ist jetzt auf linker Verteidiger. Was ist das denn bitte? Muss aufgestellt werden. Rechts außen. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Fähigkeiten. Er kann auch 61 bekommen. Dann lasse ich das mal bei ihm raus hier. Muss aufgestellt werden. So. Jetzt ist richtig. Jetzt ist richtig. Ich meine, es steht ja noch da. Das heißt, wenn er ausgewechselt wird, kommt ja er. Also das passt in dem Sinne eigentlich dann auch. So. Der Rest ist in Ordnung. Daniel Barth. Déon spielt vorne. Ist auch wie gewünscht. Lorenzen links außen. Zwei Zentrale. Ein Defensiver. Also die Mannschaft hat Potenzial. Die hat es. Sie hat einfach Potenzial. Sie müssen es einfach nur umsetzen. So. Franke hat sich ein bisschen vereimern lassen. Was die Form angeht. Da haben wir noch mit Villas einen, der das drauf hat. Oldhoff. Soll ich Oldhoff stehen lassen? Ich bin mir nicht sicher. Ganz ehrlich. Oder Sire, der einfach schon. Ja. Gespielt hat. Mit der Mannschaft zusammen. So. Walschmidt. Genau. Ihn müssen wir mitnehmen. Und ich denke mal, ich lasse ihn auch spielen mit einer 65. Was hat der momentan eine Moral, der Kerl? Lass ich spielen. Ich gehe das einfach mal ein. Das Risiko. Gott, gibt es wieder eine Folge. Ich glaube, die ist mega lang, das Ding. Aber ich wollte es jetzt nicht noch weiter rausschieben. So, was haben wir denn hier? 4, oh, 15. Tobias Demelt. Nur 2 Talentsterne, aber ihr seht es ja. Ihr seht es ja mit 15. Anpassungsfähig, gelassen, frohe Natur. Der wird auf jeden Fall mitgenommen. Das heißt, ich habe wieder 2 Spieler, wo ich Namen vergeben kann. Lowcamper auf Transfer des Jugendspielers. Kommt. Ilari Caipio. Jetzt bin ich gespannt. Der ist so gut. Der ist super. Der ist super. Also, wenn einer den möchte. Ich gucke mal, wer auf der Liste als nächstes dran ist, wer Glück hat. Das gucken wir uns dann mal an. VfB Hüls, Felix Lowcamper. Also, er hat normalerweise eigentlich andere Vorstellungen, würde ich mir mal vorstellen, von dem Interessenten. Ich hoffe mal, dass die zweite Mannschaft uns das jetzt gut vormacht und das Spiel gewinnen kann. Ich würde es ihnen wünschen. Nee. Es ist ja noch Weißenberger ausgefallen. Aber das war wieder Hannover 2. Das ist natürlich auch eine gute Mannschaft. Ja, das sind die ganzen großen Vereine von damals, aus der Ostzone. Chemie Leipzig. Wismut Aue, wie wir gerade gehört haben. Also, Lok Leipzig damals natürlich auch. Also, da ist schon auf jeden Fall fette Tradition hinter. Ja, wir sind das Topspiel. Natürlich, klar. Erster gegen Zweiter. Was soll das sonst das Topspiel sein? Silvestre hat im Hinspiel zweimal getroffen. Die haben 2-0 gewonnen. Das weiß ich noch. Da haben wir in Aue gespielt. Das war, glaube ich, die erste Niederlage in der zweiten Liga. Düsseldorf gegen Ingolstadt führt gegen Paderborn. Ja, jetzt geht es wieder los. Und das Topspiel natürlich. Ich überlege gerade noch. Ich will ja nicht so viele 3D-Spiele machen, ganz ehrlich. Und der Textmodus hat immer so viel Spannung. Ich denke mal, wir starten auf jeden Fall jetzt auch mit dem Textmodus rein. In die Rückrunde. Und dann haben wir noch Vereine, wie zum Beispiel Karlsruhe, haben wir hier drin. Ingolstadt kommt. Dann haben wir hier Fürth zu Hause. Augsburg 60. Düsseldorf, Cottbus. Also wir haben da mit Sicherheit noch mal Möglichkeiten für 3D-Spiele. Man muss ja jetzt nicht sofort nach der Winterpause sowas da reinschieben. Weißenberger Gott sei Dank nur elf Tage weg. Mal schauen, wie sie gespielt haben. Sebastian Henske bester Spieler gewesen. Ja, gar nicht mal so schlechte Noten. Jonas mit einer 2,5. Henske 2. Felke mit einer 2,5. Es war nicht so schlecht. Palacios sofort eine Vorlage. De Jong hat getroffen. Aber das war dann einfach zu wenig, weil wir so dumm sind. Weil wir einfach so blöd sind und die Chancen nicht machen. Und die haben fünf Möglichkeiten. Wir schießen viermal aufs Tor und machen drei Tore. Das ist dann einfach Qualität. Das ist einfach taktische Ausbildung. in Perfektion natürlich. Die sind natürlich schon klasse geschult. Ja, aber es ist immer noch in Ordnung. Die haben jetzt zwar in der Rückrunde nur einen Punkt geholt aus drei Spielen. Aber wir wollen ja auch erstmal das ganze Ding nur halten. Es kommen jetzt noch Spieler runter wieder mit Oldhoff natürlich. Und mit Carason, die der Mannschaft auf jeden Fall helfen werden. Dahoud, da muss ich mal gucken, wie wir das tun. Ob wir das vielleicht dann auch mit ihm versuchen in der zweiten Mannschaft. Ich meine, cool wäre es eigentlich. Es wäre eigentlich schon gut. Weil besser als hier nur rumzusitzen. Weil es ist einfach so. Demme und Kimmich haben momentan einfach da die besseren Karten. Obwohl man jetzt einfach von der Stärke sagen müsste, Dahoud und Kimmich, die sind ungefähr auf einem Niveau. Aber Kimmich ist eben schon wirklich in der Mannschaft angekommen. Da weiß ich, was ich habe. Das ist der Vorteil. Wir gucken in die Taktik rein. Absatzfalle, ich will auch mal sofort hier was ausgeben. So, ich denke mal 1,5 ist okay. Sturmtank. Soll ich das drin lassen oder rauslassen? Ich mache es mal weg. Ich mache es mal raus. Und jetzt müssen wir schauen, wen decken wir? Okoronkwo oder Silvestri. Ich glaube, er hat einen Torrichter 63. Er hat eine 69. Ist auch jetzt nicht so wirklich. Er bereitet die meisten Dinger vor. Wo ist denn der beste Torschütze von denen? Gar nicht da. Gut, decken wir den. Ich bin wirklich neugierig drauf, wie wir starten werden. Der Oldhoff ist immer so ein bisschen dorn im Auge. Ganz ehrlich, weil... Ja, das kann man eigentlich nicht machen. So einen neuen Mann jetzt da reinschmeißen. Ähm, ich brauche dich in Topform. Na, das klappt nicht. Form von 9. Franke. Sire hat eine 10. Ich glaube, dann machen wir das... Dann stellen wir das so hin. Sire und auf der Bank Oldhoff. Die ist mir dann irgendwie sicherer. Weil den kenne ich. Das ist das gleiche wie bei Kimmich. Da weiß ich eben Bescheid. Ansonsten von der Form, es ist immer viel geblieben. Es ist nur noch der mit der 16. Der hier eine gute Form hat. Und hier Karason. Ansonsten hat dieses Reinhard-Mlech-Spiel wieder nicht unbedingt jetzt funktioniert. Aber wir hatten ja schon mal so ein Spiel kurz vor der Winterpause gegen Lok Leipzig, wo wir auch ein grottenschlägliches Spiel gemacht haben. Aber es hat uns nicht den Kopf gekostet. Also wir haben danach die Form wiedergefunden. Und die Hinrunde quasi damit als erster beendet. Was schön ist. Und jetzt heißt es natürlich, wir sind nicht mehr Jäger. Wir sind nicht mehr, sagen wir mal, so eine Truppe, die man gerne unterschätzt. Man denkt, oh Gott, die sind Aufsteiger. Die sind süß und die sind klein. Und die wissen nicht, wie man Fußball spielt. Nee, jetzt sind wir die Gejagden. Wir stehen auf Platz 1. Und Erzgebirge auch ist der Zweite. Und die werden uns alles abverlangen. Textmodus. Wir sehen uns gleich.